Dreh 2Aliens eine neue Runde Mab-Attack Mab-Mab. Heute in Umgebung großer Runde Kloppo, Grim Reaper und der FX-Volke mit dabei, und zwar Ramp-Walright Spirale, T20 recommended, Freizeitmodus, äh, nehmen wir den, machen wir so, alles klar. Äh, ja, Bewertungsschema machen wir heute mal vereinfacht, bei so vielen Leuten, ähm, hinterher einfach nur sagen, was für eine Schuhe nötig ihr ungefähr geben würdet für die Map. Okay. Okay. So. Wer hat da wieder nicht gerafft, T20 recommended? Nee. Wieso? Wir haben doch gesessen dürfen heute. Ja. Ja, okay. Gut. Haben wir doch vorhin gesessen gehabt, T20? Ja, ja, nee, aber schon da drin. Geht's heute nicht, wenn du das willst. Genau. Also kann sein, dass du nicht beenden kannst. Weil der, manche Autos sind halt ein bisschen breiter und, äh, ein bisschen zu schmal für irgendwelche Flips. Na gut. Gucken wir. Werden wir sehen. Ja. Hier ist das, äh, super. Hauptsache man hat den Spaß. Genau, Hauptsache Spaß. Oh ja, ich habe schon richtig viel Spaß gerade. Erstmal ne rote Röhre rauf. Man muss erstmal ne Höhe gewinnen, ne? Und dann wird sie grün. Es ist ja zu einfach den Start oben hinzusetzen. Ja. Du könntest dir ein paar Checkpoints sparen. Ja. Nimm vor ein paar Elemente. Ja. Oh. 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 Aber. Ähm. Scheide ich gerade so gut funktioniert. Oh. Ja. Mach nicht so nah. Wer ist denn der Erster? Ich. Ne, hier hin. Oder? Ne, ne. Ich bin auf dem Letzten. Ne, ne. Du bist der Erster. Der Nicht-T20-Fahrer. Der Nicht-T20-Fahrer. Der Nicht-T20-Fahrer. Hätte alles richtig zum Mangel. Cheater. Cheater. Mit Cheater. Ach, Cheater. Ach, Cheater. Das Auto pfeifen. Wie sagte einst am Regenberg so schön. Cheater an dieser. Ja. Keine Reoré-Mobil. Und was sagte er noch so schön? Auch schöne Frauen müssen kommen. Ja. Ich seh nix mehr. Ich weiß nicht mehr, wo ich lang fahr. Ja. Ach, Bine. Ja, läuft. Ja, läuft nicht. Du bleibst einfach stehen. Ja, weil ich da nicht, ne. Ja, sind gut. Äh, Stopper. Stopper. Oh, äh, erstmal drüber. Ja, geht gut. Kreis, wie ist es vorne? Ne, der Wüste. Ja, respawn ist gut. Ja, aber nicht wenn er als zweiter respawnt. Ja, das ist, äh, vielleicht möglich. Alter. Ach, wir haben keine Haftung? Ach, ne. Ich hab uns nicht eingelenkt. Ach so. Alter, was ein Ficker. Oh, äh, einmal Selbstmacht bitte. Ja, danke. Mitnehmen oder hier essen? Oh, musst du noch fragen. Aber ich denk mal zum hier essen. Ne, ne, wenn der schon im Auto sitzt, dann ist es ein Pfeif in, ne? Der Sultan ist eigentlich ein Allradantrieb. Oh, fuck it. Also ich geb euch ein Tipp, wenn ihr den Berg hoch fahrt, nicht Vollspeed. Warum? Du springst drüber. Okay. Also oben Kuppel abbremsen, bevor der Punkt kommt. Okay. Boah. Alter, ne Kante. Sein Ernst. Was hat das denn? Geronimo. Oh. 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 Ach, leck mich. Lieber nicht. Das geht mir doch voll auf den Piss. Der macht immer in diese Scheißröhre in diese Richtungswechsel rein, aber die sind richtig hart. Ja. 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 Ich bin da aufgefahren. Oh. 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 Looping am Ende der Röhre. Müsst ihr nicht fahren. Ja. 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 Perfekt. Ey Kollege, es gibt hier Punkte, die kann man röhrenmäßig setzen, ne? Die sind groß, rund. Ja. Das ist vielleicht ein Troll. Meine Fresse. Nee. Hab ich da jetzt. Die schwarze Röhre. Mit dieser Schraube. Wie krass ist der Warlord in der Bop. Das ist richtig dumm. Ja. Das ist wirklich scheiße. Also der Spawnpunkt ist halt mega daneben. Ja. Der hätte vielleicht direkt nach dem Warlord einen Checkpoint sitzen sollen. Nee. Der kommt ja dann in der Röhre. An der Stelle, die du dich triffst. Warum? Ich hab dich beim ersten Mal getroffen. Hm? Ich hab dich beim ersten Mal getroffen. Ja. Ich bin halt an der Wand gefahren, ne? Das ist ja schuld. Ja, Speed. Wie wissen die alles von einem junger Pader waren? Ja, ja. Blablabla. Ja. Genau. Und viel zu weit bestimmt. Ja sicher. Oh meinst du. Molchen. Wer kommt noch? Ja. Jetzt tritt's das Gaspedal noch nicht mal ganz durch, ne? Und darf ich vorab schon mal ne Note geben? Ja. Drei Minus. Ja, ich würd mich grade echt mit ner 4 einschließen. Ja. Die Sache vorab note. Ja. Ah, ich bin jetzt erst im... Also ich bin jetzt im Ziel. Alter. Ich bin jetzt aus der lilanen Röhre raus. Alter. Ich bin jetzt aus der lilanen Röhre raus. Alter. Ja. Ja, ich glaub's nämlich auch grade. Wie deswegen trifft man sehr oft die Sachen so ab. Ja. Ja. Schön abgefangen. Chris. Danke. Ach ey, scheiß Verkehr. Vielleicht auch zu weit. Also wir halten schon mal fest. Sie ist nicht nur mit dem T20 zu machen. Sondern auch mit anderen Fahrzeugen. Zumindest eigenen. Ja. Also ich finde, die fanden jetzt gar nicht mal so schlecht. Ja, die waren ein bisschen eckig. Au scheiß, ich bin reingefahren zu euch. Kannst du euch hören gehen? Ich bin zu weit. Ich hoffe es noch. Okay. Also mir haben diese Wechsel nicht gefallen. Deswegen die 3 minus. Ja, ich würd mich auf ne 3 committen. So. Machst du ne 4. Ja. Also bei 3 geh ich mit. Aber ich bleib bei ne 4. Machst du bei ne 4, 3, 3, 3 minus. Dann krieg die Map im Gesamt ne 3. So dolle. Dann würd ich sagen, komm Däumchen gibts trotzdem nach oben. Minder 3. Ja. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Schülü...